Ab jetzt! Peinliche Eltern, nervige Geschwister, eben eine ganz normale Familie. Live Bytes, gleich bei Kabel 1. Mama, ich glaub, der Wasserhahn ist schon wieder kaputt. Nicht so laut, ich hab den Chempner schon gerufen, der ist unterwegs. Wieso flüsterst du denn so? Damit dein Papa nichts davon mitbekommt. Ich hab große Angst davor, dass er versuchen wird, den Wasserhahn selber zu reparieren. Und das letzte Mal musste ich das Geschirr dann einen Monat lang in der Badewanne spielen. Hallo, Schatzi! Na, wie war's beim Joggen? Oh, fantastisch. Ich glaub, ich bin fit für die Olympiade. Hab ich einen Durst? Ich glaub, ich könnte glatten Gassenzieher austrinken. Mama, wieso willst du denn nicht was aus dem Kühlschrank nehmen? Ja, wirklich, nach der Quälerei hast du dir eine kalte, erfrischende, sprudelnde Belohnung aus dem Kühlschrank verdient. Ich glaub, ich nehm einen Eistee. Mama, ich glaub, der Wasserhahn ist schon wieder kaputt. Wirklich? Also überhaupt kein Problem. Wir haben ja quasi den Kleppner im Haus, was, Schatz? Nein! Ich bin ja der Wasserhahn-Experte, der König der Leitung in euer Lord Püppel. Wusstet ihr, dass ihr mich in der Schule Super Mario nanntet? Ich wasch mir doch schnell die Hände, dann leg ich los. Hä? Wieso geht der jetzt nicht? Ich putz schon mal die Badewanne. Warte, ich glaub, unsere Geschichtslärerin braucht Hilfe. Ich helfe ihm. Du willst dich doch nur beliebt machen. Gute Idee. Frau Müller, Frau Müller, guten Morgen. Können wir Ihnen helfen? Oh, gerne, Jungs. Das ist wirklich sehr nett von euch. Das ist doch das Mindeste, was wir für unsere Lieblingsgeschichtslehrerin machen können. Tom, Finn, ihr beide seid Engel. Ich werde mich natürlich am Ende des Schuljahres daran erinnern. Und jetzt? Hopp, hopp. Leute, irgendjemand? Bei wem hab ich mich jetzt eigentlich beliebt gemacht? Ah, verstehe. War der Schwerkraft. Ihr werdet mich glauben, was gerade passiert ist. Erst springt dieser Riesentröte auf mich drauf. Entschuldige. Tom, wer so einen Bruder hat, braucht wirklich keine Feinde mehr. Lass mich mal. Ich kenn mich mit sowas aus. Ach, komm schon, Schwesterherz. Ist das mal die Dramen im Theater? Man sieht doch fast nix. Ach, wirklich, Romeo? Schade, dass es nur mein Lieblingsoberteil war. Aber keine Sorge, ich lass dir dann einfach die Rechnung von der Reinigung zukommen. Tom, Mädels, ihr werdet nicht glauben, was mir gerade passiert ist. Zuerst war da dieser Riesenköter und der hat mich angesprungen. Macht auch nichts. Ich hab dieses T-Shirt eh noch nie gemacht. Tut mir leid, sorry. Durch die Flecken wird es doch erst einigermaßen modisch. Willst du nochmal? Aber, aber... Oh, guck doch mal, wie modisch. Oh, jetzt wird es erst richtig schön. Hi Nina, ich wollte dir beim Spielen zuschauen. Dann musst du die Augen schließen, müsst ihr vorstellen. Ich werde in dem Leben nicht mehr spielen. Wirklich? Warum nicht? Vielleicht, weil der Trainer denkt, dass ich im Wasserkistendrang besser bin als im Volleyball. Das ist so unfair. Du musst darauf bestehen, spielen zu dürfen. Das bringt nichts, Uli. Ich meine, vielleicht hat der Trainer recht und die anderen Mädels sind echt besser. Ich ertrage es nicht, dich so zu singen. Ich werde dem Trainer sagen, was ich von ihm halte. Entschuldigung. Wenn du Wasser willst, fragt Nina. Ich will kein Wasser. Ich will Ihnen sagen, dass jeder die Chance haben sollte, in diesem Team zu spielen. Ohne Ausnahme. Man muss kein Spitzenspieler sein, damit man alles geben kann. Ah, ich danke dir, mein Junge. Deine Ansprache hat mit dir Augen geöffnet. Nina! Ja, Coach? Äh, gib dem Motivationskünstler hier mal ein bisschen Wasser. Der muss frisch sein, wenn ich ihn gleich einwechsle. Wir brauchen jemanden, der die Mannschaft im Griff hat. Und ich brauche jemanden, der mich im Griff hat. Voilà! Dein Wasserhahn. So gut wie neu. Ein teurer Kleppner hätte auch nichts anderes gemacht. Morgen, Sie haben den Kleppner gerufen. Ja, nein, vielleicht. Ich meine, ja, da wusste ich noch nicht, dass du selbst die Zeit haben würdest, ihn zu reparieren. Na ja, danke fürs Kommen, aber wir brauchen Sie nur nicht mehr. Der Wasserhahn ist ja bereits repariert. Aber wenn ich schon mal da bin, kann ich das ja mal überprüfen. Das wird nicht nötig sein. Vor Ihnen steht nämlich der Wasserhahn-Experte, der König der Leitungen, Lord Pümpeth. Höchstpersönlich. Wenn Sie das sagen, es braucht dann 50 Euro für die Anfahrt. Was? 50 Euro? Aber ich habe den Wasserhahn repariert. Sobald wir die Zentrale verlassen, sind wir verpflichtet, die Anfahrt in Rechnung zu stellen. Lord Pümpel. Ab heute bin ich der Handwerker an diesem Haushalt, ja? Boah, ich verdurste. Der Wasserhahn ist ja immer noch kaputt. Der ist überhaupt nicht kaputt. Zumindest war er das nicht, bevor du gekommen bist. So, den darfst du jetzt reparieren. Lord Pümpel hat nämlich Feierabend. Und jetzt geben Sie wieder Gas. Goofy und Max. Gleich bei Kabel 1. Yeah.